Ja, moin, ich bin Lenny, ich sitze hier gerade im Elbkick-Studio. Unser Talk von mir und Tufan seht ihr morgen. Da berichten wir über unsere Reise nach Barcelona, über unser Turnier und da wollte ich vorab noch mal ein paar Danksagungen und Grüße loswerden. Einmal unseren Trainer Dirk Kastein, der hat das alles organisiert mit uns und diese ganze Aufmerksamkeit, die wir bekommen haben, haben wir nur durch Hendrik Fallendieck, unseren Spieler und Kameramann, alias IT-Manager bekommen. Nochmal ein riesen, riesen Dank, Henni. Du hast uns das alles ermöglicht und uns diese schöne Erinnerung beschert. Und dann möchte ich noch an mein Team oder an unser Team, die Dünneberger SV, was loswerden. Jungs, wir haben jetzt seit fünf Spielen eine Serie, ungeschlagen, wieder ein Sieg, nächstes Spiel zu Hause. Wir holen uns den Klassenerhalt und weiter geht's.